Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Die Brüder sind umgekehrt. Läuft Ihre Weapon. Ihr könnt nicht diesen Kampf gewinnen. Für Deutschland. Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen. Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Führen Sie wieder an Bord zu haben, Commanderin. Getroffen! Das ist ein Verbeer! Durchfall! Steine, die Treffer! Peter! Wir sind in der Untersaal! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Scherz, aufpassen! Tut mir leid! Ziemlich häufig hier! Volltreffer! Das Ziel ist erledigt! Ich sehe einen amerikanischen Panzer! Da kommt noch mehr Wasser! Wie kommt sie voran, Kerz? Nur los! Eine Sekunde! Direkt ins Ziel! Der 9, Feuer! Panzerbüchse! Aufpassen! Die Panzerbüchse! Die Panzerbüchse! Die Panzerbüchse! Die Panzerbüchse! Die Panzerbüchse! Die Panzerbüchse! Die Panzerbücher! Du hast das! Ziel bewegt sich noch! Wir müssen fortsetzen! Amerikanischer Panzer! Hilfe! Wie geht's Stefan? Stefan geht's gut! Vergewissert euch, dass noch alles funktioniert! Was hier ist noch nicht vorbei! Die werden sicher nochmal angreifen! Alle waren auf jeder Position! Atellerie! Wir haben uns markiert in Deckung! Schnell! Mehr können wir nicht tun! Kertz! Bringt sie uns zurück! Tieren! Sie sehen uns im Moment! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Schnell weg! Gucken Sie sich! Die haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ärger. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Okay, cool. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, der Weihfreund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die schwachen überleben nicht. Es waren auch ihre Worte, oder? Nein, siehst! War das nicht so? Just give up, Jamie! Ich bin wieder vor, ich bin klau! Sie sollen jetzt zurück in den Panzer steigen! Allgemeine! Das war's! Ich bin wieder erschöpft! Ich bin wieder erschöpft! Ich bin wieder erschöpft! Ich bin wieder erschöpft! Deshalb ist es đây. Ich bin wieder schreit und schẩnata. Ich bin wieder erschöpft! Nein, wir schaffst! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better. And her ways, a ways of gentleness, land on her paths of peace. A path to somewhere better. A path to somewhere better. A path to somewhere better. A life where you find you can use that path. And to somewhere else. Vielen Dank.